hallo ja ich kann dir nicht helfen ist keine anzeige ich komme auch nicht mehr hoch okay das spielblock will selber nicht mehr weitergespielt werden ich glaube der will mir damit was sagen hallo da ist tatsächlich keine ok ich habe dieses spiel können tatsächlich mit geschlechtskrankheiten infizieren das bedeutet nicht dass sie krankheiten der menschen infizieren oder diese gar nicht vertragen können können sie unter einem schlichtverkehr nicht ich bin das irgendwo raus oder weißt du das tatsächlich meine kamera spackt auch wieder wenn sie das hat sie bild das eine kann ich das nicht überspringen ja wolltest du das nicht wissen niklas ist so interessant klopf frisch aus zu hause glaubst du da nicht ganz seltener film kommt es wirklich vor dass so katzenallergisch auf die haare und toten hautzellen von menschen reagieren wenn sie diese einatmen das klingt ja noch etwas abzug wenn sie von einer menschenallergie die rede ist äußert sich dass ihr niesen witzig warum ein anderer karte die ganze zeit am niesen ist er hat eine allergie gegen mich die 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 Okay, also von hier oben kann ich nichts machen. Ich muss also runterklettern. Willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich verarschen? Ich hasse du das Spiel. Ich hasse es. Ich habe einen weiteren Grund gefunden. Es verarscht mich. Es verarscht mich. Willst du mich verarschen, kleiner Bengel? Wieso bist du das erste Mal nicht da runtergesprungen? Wieso musst du mich hier so hinarten? Ich hasse ihn. Der große ist der Hund. Aber der kleine, ich hasse ihn. Gibt es schon hier. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich habe aufgehört zu zählen. Wie ich es beim ersten Mal in Erinnerung hatte. Vielleicht ändert es sich, wenn ich Entscheidungen ändere. Nein, tut es nicht. Das hat mich nur noch mehr zum Aufregen gebracht. Es hat so eine schöne Musik. So schöne Orte. Eigentlich so viele interessante Charaktere. Und dann kommt er. Der kleine Bruder. Und das ganze Spiel ist ruiniert. Wenn der kleine Bruder nicht wäre. Meine Rettung. Hä? Meine Rettung. Das Spiel verarscht mich schon wieder. Es mobbt mich. Es mobbt mich. Das Spiel hasst mich. Hängel, das hast du schon durch. Ich roll noch so jetzt in die Wunde, mein Schatz. Ja. Hallo. Ich dachte, hättest du durch. Nein, noch nicht. Es ist die letzte Episode. Ich mag das Spiel. Das Spiel mit Hängel. Nicht nur. Der kleine Fröggel wollte gerade nicht runterspringen. Ich musste neu laden. Nein. Als ich ihm dann nicht geholfen habe, ist er sofort allein runtergesprungen. Das kleine Arschkind. Na, na, na. Was denn? Ich habe eine... Ja, ja. Hä? Moin. 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 Eilen. Eilen, das macht es nicht besser. Was für ein Salzstreuer? Ach so, den Salzstreuer. Du hasst nicht wirklich, oder? Du hasst mich auch. Ich merke es. Das merke ich mir. Seid es auf deine Seele. Welche Seele? Das war auch vorher keine Seele. Das war auch vorher keine Seele. Bär. Lecker. Hier, Spielweide. Da kannst du pflanzen, pflanzen. Nee. Außerdem geht das ja nicht. Wir reden ja dann die ganze Zeit rein. Gut, das macht das Spiel auch nicht mehr interessanter. Ich versuche, so viel wie möglich zu ignorieren. Was ist denn da? Basilikum, ich bin verrückt. Das ist ganz schön großer Basilikum. Warum haben wir nicht so großen? Was ist das, der frisch ist? Das auch. Und das da? Boah. Das heißt, wie ich an den Eiern. Nee, noch nicht. Das darf ich nicht. Großer Knoblau. Meinst? Mhm. Elefantenknoblau. Gibt's tatsächlich. Das ist Erde. Aber von der Struktur her müsstest du jetzt erstens wissen, was für Erde und was da eventuell drin wachsen könnte. Deine Mutter, Junge. Also erstens, ich bin kein Junge. Mein Hirn stört ein. Mein Hirn stört ein. Welches Hirn? Mein Hirn stört ein. Boah, ist das kalt. Viel Spaß beim Geburtstag, Niklas. Welches Hirn? Ja, habe ich auch gefragt. Yo, euren Mutter. Das ist ja, Captain, schätze ich doch. Nein. Ich habe nur noch ein Auge, weil mein Bruder Scheiße gebaut hat. Ah. Ich würde jetzt was sagen, aber ich darf das leider nicht sagen. So, jetzt sieht dich keiner, jetzt kannst du es sagen. Wenn ich jetzt noch das Ding ausmache, das Mikro, dann darf ich es sagen, ja. Ach so, das Mikro muss man dazu ausmachen. Ich dachte, es reicht, wenn man einen fliegt. Nee. Man darf mir nicht hören, wenn ich das Wort sage. Ja, das stimmt, euren, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit mir. Nicht ganz so muskulös und schlank wie ich, aber der hat schon Ähnlichkeit mit mir. Und ist häufig blau wie das Meer, so wie ich. Wann warst du denn mal schlank? Oh, am wo? Am kleinen C, oder was? Ich könnte hier jetzt Bilder rausholen. Nein, das ist lieber. Eins habe ich. Ja, da war ich auch noch schlank. Der war so schlank. Weißt du, was runtergefallen? Kannst du das aufheben, bitte? Hieb es das mal auf, bitte. Ist das mein Keller? Ach ja, ist es. Ja, ist sein Keller. Ich werde hier drin nur geduldet. Okay. Dann würde ich sagen. Wir flechten dir jetzt Zäpfchen ins Haar. Nee, euren. Ich brauche nicht kohlen. Okay. Nein, es ist kein Ring für was anderes. Ach so. Nee, wir auch ein bisschen klein. Ich glaube, das passt perfekt. Nee, das passt eh. Wie zu dicke Arme. Er guckt ja so mal. Du auch. Axel, genau. Und die haben einen Schritt sind viel länger. Hat auch der Recht. Die Brüste stimmt. Nein, die... Männer dürfen ja Brüste zeigen. Die Beinhaare. Schatz, das Beinhaar. Warum dürfen Männer Brüste zeigen und Frauen nicht? Weil ihr nur so kleine Huckeltien habt. Ja, die meisten Frauen auch. Flachlandgebirge. Ich kann ein einziges Flachlandgebirge. Ich kenne so viele. Du siehst ja auch mehr als ich. Die fassen sich alle gleich an. Okay, das musst du mir jetzt mal bitter genau erläutern. Wann? Wie heißen sie? Und wo wohnen sie? Ich verrate mir hier ihren Namen. Im Bild reicht auch. Meistens macht es Klatsch. Bei dir, ne? Weiß nicht, ob das genau geht. Lauf, Fessi, lauf. Lauf, Fessi, sauf. Lauf, nein, bitte nicht. Wir wollen noch morgen, oder ich muss ja morgen noch zur Oma. Du musst zur Oma, oder muss ich dich herumbringen? Sauf um dein Leben. Sauf um dein Leben. Sauf um dein Leben. Sauf um dein Leben. Das war mein Speck! Was fetzt da mein Speck an? Ich bin ein Geist, ich kann nichts anfassen. Ich bin materienlos. Materienlos. So, ich geh hoch. Tschüss. Ey. Nicht mein Mikro kaputt machen. Nein. Fässchen? Nein. Was denn? Ich weiß, was du in deine Hose gesteckt hast. Ach, ja? Da wird ein Mann misshandelt, ruft der Notdienst. Das kann ihm jetzt auch nicht mehr helfen. Das kann ihm jetzt auch nicht mehr helfen. Er ist mir jetzt schutzlos ausgeliefert. Oh, frisches. Hopfen und Malz verloren. Ja, genau. Hopfen und Malz verloren. Was muss ich eigentlich machen? Hm. Das mit der Hand funktioniert nicht. Egal. Geh ich erstmal rein. Boah, dieser Köter! Kann er sich mal ein bisschen weniger freuen. Das ist ja furchtbar. Wir wollen nicht so schlimm wie die Katzen vorhin. Heute Morgen waren die Katzen nervig. Geh, ich mach mein Kerl. Und mach Essen. Oh, was gibt's denn bei dir? Das Gute ist, mein Kerl macht mir heute wieder Essen. Hm. Was ist wichtig? Das Baby, das war's nicht so schlimm. Was will ich so schlimm, wenn ich wieder tripkarte. Was will ich jetzt nicht so schlimm? Was will ich jetzt gerne hier schön sein? Wir gucken uns halt auch die Katzen vor. Das ist ein. Nein, ich wollte die Notiz nicht nochmal angucken. Das war eine Frau auf dem Bild. Ich will einfach nur diese Episode durchkriegen. Das will ich gar nicht. Cassidys Brief. Ja, eine Klappaschlange möchte ich auch nicht unbedingt im Klo haben. Ich habe meine Augen, Lube, Handy. Ich bin nicht mehr so viel. Sie hat meine Klappaschläge, aber... Es fühlt sich so schwer, hier zu sein. Ich habe keine Klappaschläge, dass es ein Netzwerk von Seed-Pirates gibt. Und was hat er für Tabs? Prodi ist so gut, um schreckliche Situationen zu beschreiben. Ja, ich habe sie geschmackt. Aber ich bin so glücklich, dass sie wieder zurücksehen. Aber jetzt lebt sie ihr Leben weiter, ne? Das müssen wir ja mal runterpacken. Noch irgendwas? Ja. 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 wenn wir uns jetzt um draußen kümmern. Mhm. Den Ruhmgrass. Den Sticker. Yay, neue Souvenir. Ja. 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 Okay. Gut, weiter komme ich da nicht hin. Da darf ich auch nicht hin. Was darf ich eigentlich? Das ist so cool, dass die Leute ein zweites Leben für ihre Sachen geben wollen. Oh, dass David guckt nur und das ist cool. Viele, viele kaputte Autos. Okay, da hinten ist er. Ich will hier aber noch nicht hin. Jo-Anne kann hier ein totaler Rager ausbauen. Aber ohne asshole Nachbarn. Es gibt immer noch Power-Cuts hier. Aber keine Ahnung ist wirklich bemerkbar. Ja, es ist es. Jo-Anne sagt sie braucht all diese Drogen. Das ist so weird. Ich liebe es. Danke. Karen und Jo-Anne spenden die Vierer spielen und zu sprechen. Kind wie mir und Lila. Back in der Zeit. Dude, remember when you totally fell asleep during that Bollywood flick? Because it was so lame after those cool cartoons. Whatever. You miss Priya and Stanley teaching me how to dance. No, I didn't. You can't dance, dude. Das ist eine Zeichnung. Das ist so eine... Wie möchte ich denn so einem alten Bus hin? Nee. Aber ich kann ihn mir trotzdem ansehen. Was ist, Johan? See for yourself. Man, check this out. Okay, Daniel. Let's take a little break. Got it. That child is... something special. Yeah. I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. But you have your own talent, Sean. I'm dead serious. I don't know. It's just... doodles and shit. No big deal. I thought my sculptures were shit, too. Compared to all the dope stuff that was being done. But every artist is fucking unique, Sean. We all got something to bring to the world. So why are you all the way out here now? Easy. I started selling my work for good money. And as soon as I did, everyone turned into smiling sharks. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy. But in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? Oh. Uh... I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input. Okay? Okay. Sure. Why not? Ah, there you go. Now, go stand over there. Daniel, you ready to start again? Oh, yes. Hold on. So, for my next trick, I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model of what I have in mind here, but go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together like block toys. Hell yeah. Let's do this. Okay. Gut. Das mache ich aber gleich. Okay, mal ganz kurz pinkeln. Ich warf und das bin ich leider nicht mehr. Nein, ich bin über meinen eigenen Schuh gefahren. Manchmal bin ich ein bisschen... Ja. Bin aber in ein, zwei Minuten. Bis zum nächsten Mal. 1 Noch nicht zum nächsten Mal. tr 0 ä